Hey Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Tjulfa und herzlich Willkommen zurück zur Hello Neighbor Vollversion. Wir befinden uns ja jetzt am Anfang von Akt 2, denn wir haben ja Akt 1 in der letzten Folge beendet, sind da quasi aus dem Keller abgehauen, aber der Nachbar hat uns ja kurz vor Ende noch geschnappt, da hat er uns noch am Schlawittchen gekriegt. Und jetzt hat der Nachbar uns ja auch in irgendeine Art Gefängnis in seinem Keller reingesteckt oder so, keine Ahnung. Und wir müssen jetzt irgendwie hier raus entkommen. Ich hoffe natürlich, ihr unterstützt das Ganze, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich weiß, dass es einige noch nicht gemacht haben. Die Statistiken lügen nicht. Sie lügen nicht. Nicht. Jedenfalls gucken wir jetzt einfach mal, was die Sache ist, Freunde. Die Tür ist ja verschlossen. Das hatten wir am Ende der letzten Folge schon rausgefunden. Und ich würde auch mal nicht vermuten, dass es hier drinnen... Obwohl, kann ich hier... Nö, ich kann die Kerzen nicht anheben. Okay, wir gucken. Habt ihr es gehört? Habt ihr das... Lol. Hier ist so ein Scheinwerfer umgeflogen. Und irgendwer hat die Tür aufgeschlossen. Yo. Wo war das denn? Ach, das war die Matratze. Boah, hab ich mir erschreckt, ey. Okay, wir kommen hier raus. Wir sind auf jeden Fall auch im Keller drinnen. Oder so. Lol. Oh, da sind die Rohre. Okay. Oh, hier liegt wieder so eine Puppe, Freunde. Hier liegt wieder so... Oh, die kann ich aber auch nicht mitnehmen. Also die Puppe lässt schon den Schluss zu vermuten, dass das, was... Der Nachbar verloren hat, seine Tochter war oder so. Und hier... Können wir in den Lüftungsschacht rein? Aber ich kann das Ding nicht öffnen. Aber... Ah, okay. Ich kann es in die Hand nehmen. Ich dachte, ich kann es wie eine Tür öffnen, aber das ging nicht. Gut, gehen wir mal hier durch. Schauen wir mal, was am Ende auf uns wartet. Hier kommen wir auf jeden Fall in ein neues Ab... Oh, shit. Ich wollte eigentlich noch nicht raus. Wir sind auf jeden Fall in einem neuen Abteil von einem Keller. Aber hier scheint nichts Nennenswertes zu sein. Hier ist wieder abgegrenzt. Hier ist so eine Tafel oder so. Äh, ich geh einfach mal in die Leiter hoch. Wird schon richtig sein. Und wir kommen jetzt... Wohin? Das sieht aus... Wie die fertige Version vom Nachbarhaus. Aber wir sind hier fucking eingezäunt, Freunde. Alter... Oh, er hat mich gesehen! Er hat mich direkt gesehen! Rip! Rip! Oh, shit! Ey, was soll ich machen? Alter, wir sind eingezäunt. Wir sind fucking eingezäunt mit dem Nachbarn. Hier ist eine Leiter. Aber der Nachbar kann eine Leiter klettern. Äh, hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Lol. Okay, ich bin auf jeden Fall safe hier. Kann ich hier raus? Nein. Nein, aber hier kriegt er mich definitiv nicht. Jetzt ist er da unten. Ah, was mache ich denn jetzt? Oh, er lässt locker. Er greift mich nicht mehr an. Okay. Okay. Wer für mich hier... Ich muss ins Haus rein. Ihr habt es gesehen. Vorne an der Eingangstür. Also, da vorne am Zaun ist ein rotes Schloss. Hier ist die Taschenlampe. Der Nachbar ist draußen irgendwo. Ah, er ist verschlossen. Hier ist offen. Er hat mich gesehen. Rip. Okay, hier könnte ich rein. Oh! Boah, habe ich mich erschreckt. Oh Gott, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich sehe mich jetzt erstmal kurz hier genau um. Äh, hier liegen überall Sachen draußen rum. Und hier ist... Hier sind überall richtig viele Rohre, die hier reingehen. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich ist. Und hier drüben ist noch ein Rad am Rohr. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas auf... Hat er gerade eine Scheibe eingeworfen? Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie was aufdrehen muss oder so, Freunde. Leute, hier ist ein Glas kaputt. Wo ist der Kerl? Ist der oben? Kann ich hier? Kann ich... Leute, da ist so eine Maschine oder so. Ich muss hier durch. Rip, rip, rip. Rip, rip, rip. Ich weiß, was ich machen muss, Freunde. Ich weiß, was ich machen muss. Moment, ich laufe erstmal weg. Moment, schneller, schneller, schneller. Bitte schneller. Komm, lau. Nein, nein, nein. Ich sehe nichts. Rip, rip. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Aber ich glaube, von der Dampfmaschine führt ein Kabel zu diesem Gitter. Und lol. Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Und in diesem Gitter ist, glaube ich, ein Trampolin. Und ich glaube, damit können wir dann rausfliegen. Ich aktiviere mal hier den Hebel. Hab den Strom jetzt ausgemacht. Jetzt kommt er natürlich raus. Oh, da ist er! Boah! Als ob. Als ob. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe, Mann. Was für ein Typ. Was für ein Typ. Okay, ich bin jetzt wieder hier oben. Oh, Mann, ey. Hier ist auch so ein Ventil. Ich muss bestimmt irgendwie so Ventilräder finden, um das Ganze aufdrehen zu können. Könnte ich mir so vorstellen, Leute. Wisst ihr, wie ich meine? Aber, lol. Was ist hier im Bad drinne? Ist doch auch irgendwas, oder? Weil das Bad ist abge... Da ist was. Alter, da sitzt... Da sitzt irgendwer auf dem Klo, Alter. What the fuck? Okay. Hier ist irgendwie eine Pfanne. Bringt mir die irgendwas? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Ich werfe jetzt einfach mal hier ein. So. Wer ist auf der Fenster? Und er guckt nach, wer es kaputt gemacht hat. Ich möchte nur mal anmerken. Er ist rausgegangen. Okay, wir sind jetzt hier drinne. Da wäre noch eine Taschenlampe. Alter, Hauptsache hat eine Falle dahingestellt. Okay, ich weiß nicht genau, was wir hier drin finden müssen, Freunde. Aber irgendwas müssen wir finden. Ich schätze mal, wir müssen... Da ist die Maschine. Wir müssen bestimmt die Maschine aktivieren, damit die Strom erzeugt. Das ist bestimmt eine Dampfmaschine oder so. Ich glaube, das ist jetzt unser Goal in Akt 2. Wo läuft er hin? Oh, shit. Er ist draußen. Ach, ich muss den Nachbarn irgendwie ablenken. Hier rechts steht ja ein Wecker. Vielleicht kann ich den Wecker anmachen. Lol, er geht raus. Ich gehe auch raus. Okay, wir sind jetzt hier. Ich kann hier nach oben. Ja, moin. Hier ist zu. Hier ist alles... Lol, Alter. Was ist hier? Hier ist Kinderzimmer. Lol, kann ich das hier öffnen? Alter, was ist das denn? Da drin ist bestimmt irgendwas. Ich gehe erstmal in die Leiter kurz hoch. Ich gehe kurz noch hier oben rein. Wo sind wir hier? Hier hängt ein Schlüssel. Ist das direkt der Schlüssel für das Schloss? Ja, moin. Ist ja easy. Lol, was ist das? Ah, ein Bär. Ich dachte schon, hier liegt eine Leiche, Alter. Okay. Hier sind überall Taschenlampen und Wecker. Ich schätze mal, diese Wecker kann man schon mittlerweile nutzen, um... Der Hai! Freunde, der Hai ist wieder da. Dafür sind die Rohre. Um das Wasser abzulassen. Dafür sind die Rohre. Okay. Okay. Hauptsache, das Vieh ist zurück. Der Hai ist zurück. Back on track, Baby. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal hier die Treppe runter und schauen mal, wo wir hier hinkommen. Alter, was für ein riesiger Komplex das hier schon wieder ist. Ich schaue mal kurz. Boah, Alter. Okay, ich komme hier irgendwo... Irgendwo... Ah, ich komme hier zwischen den Gebäuden raus. Okay. Okay. Ah, okay. Hier würde ich dann hier runterkommen. Alles klar. Gut, Freunde. Wir müssen jetzt irgendwie... Ich glaube, ich muss jetzt diese Dampfmaschine aktivieren. Ich glaube, das ist jetzt gerade mein Ziel. Diese Maschine zu aktivieren. Das mache ich jetzt erst mal. Ich gehe wieder runter ins Haus. Ich gehe oben aber lang. Der Weg erscheint mir sicherer, als wenn ich mich nochmal untenrum reinschleiche. So, ich gehe jetzt nochmal runter. Und dann aktivieren wir erstmal diese Maschine. Ich schätze mal, da wird mir schon viel geholfen sein. Kann ich hier auch rein? Ah, guck mal. Hier sehe ich dann... Lol. Hey, da muss ich hier doch gar nichts machen, wenn ich von hier auch zum Hai komme. Hi, moin. Vielleicht könnte ich den Nachbarn reinlocken. Man weiß es nicht. Okay, ich gehe erstmal hier runter. Ist der Nachbar da? Yo, er ist da. Scheiße. Er kommt hier hoch. Er kommt hier hoch. Okay, warte. Warte, warte, warte. Ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ich gehe runter. Ich gehe runter. Dampfmaschine aktivieren. Come on, come on, come on. Sprinte, sprinte, sprinte. Er muss jetzt ja erstmal hochklettern. Okay, lass mich hier rein. Aktiviere das Ding. Aktiviere... Zieh den Hebel. Läuft sie? Nein, die läuft nicht. Die braucht, glaube ich, Druck. Druck, den sie nicht hat. Moment. Ich mache hier auch mal kurz auf. Mach auf. Ich brauche, glaube ich, irgendwie so Zahnräder oder so. Also diese, diese... Diese Dampfräder. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, lol. Nein, er hat mich... Ripp. Ripp, ripp, ripp. Ach, verdammt. Weil es sind draußen überall an diesen Rohren so Anschlüsse, wo ich so ein Rad draufsetzen könnte, um Druck zu aktivieren. Seht ihr? Da ist so ein Ding. Da hinten. Ja gut, da ist schon ein Rad drauf, ne? Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und an dem Rad hier zum Beispiel kann ich nicht drehen. Aber mein Kreis wird größer. Also mein Fadenkreuz. Also müsste ich das Rad auch rein theoretisch nehmen können. Oder nicht? So, jetzt werfe ich meine Taschenlampe aus Versehen weg. So. Ja, moin. Ich kann an diesem Rad nichts machen. Okay, warte mal. Ich nehme mal so eine Kiste. Vielleicht muss ich ein bisschen höher stehen oder so. Kein Plan. Hier, nehme mal so eine Kiste. Hier hinten liegen noch mehr. Ich hole mir die mal hier weg. So, let's go. Vielleicht muss ich höher stehen. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. So, lol. Das haben wir nicht. Die kann jetzt nicht aufeinander... Doch, kann ich. Ja, mehr schlecht als recht. Egal, spring drauf. Spring drauf. Okay. Kann ich das Rad nehmen? Kann ich nicht. Ich kann in diesem Rad nichts machen. Ich kann es nicht drehen. Ich kann es nicht aufheben. Wenn ich mehrmals drücke, passiert auch nichts. Keine Ahnung. Keine verdammte Ahnung. Aber was ich gerade sehe, Freunde... Ich muss mal kurz das Fängers hier drüben holen. Habe ich gerade entdeckt. Ich habe mich hier gerade noch mal ein bisschen umgesehen. Wir waren ja gerade hier eben schon in diesen Zwischenräumen, ne? Guckt mal. Da oben hängt der rote Schlüssel. Mit dem müsste ich ja auch entkommen können. Ich muss ja nicht unbedingt das mit dem Wasser machen. Ich gehe noch mal nach oben, Freunde. Wir haben jetzt hier, glaube ich, zwei Fluchtmöglichkeiten. Wir haben, glaube ich, zwei Möglichkeiten, mit denen wir hier dieses Mal aus dem Haus entkommen können. Und ich werde jetzt auch direkt versuchen, eine davon zu nutzen. So, der Nachbar, komm, check das kaputte Fenster. Ich werde die mit dem roten Schlüssel versuchen, weil ich weiß, wie ich da hochkomme. Wir waren ja eben schon einmal da. So, let's go. Wieder nach oben. Auf geht's, auf geht's. Okay, kann ich hier durch? Nein, hier ist verschlossen. Ist hier. Hier ist... LOL! Alter! Was ist das denn jetzt? Wir haben hier scheinbar wieder so eine Art Albtraum, Freunde. Keine Ahnung, was hier jetzt los ist. Das hier ist... Wir sind auf dem Jahrmarkt. Und wo sind wir? Ist das eine Geisterbahn? Na, da drüben steht einer. Okay, ich stecke einfach mal ein. Ist das eine Geisterbahn? Ich habe kein Licht, ich sehe nichts. Oh, wir fahren ins Haus vom Nachbarn rein. Boah, ich habe ein bisschen Gänsehaut. Ohne Scheiß jetzt. Oh. Ich höre... Ich höre Kinder lachen. Alles klar. Au, ab, Tisch. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wo sind wir hier? Oh. Boah, das klingt halt so, als wäre jemand hinter mir. Ein riesiger Kühlschrank. Boah, Alter. Oh. Was ist das denn jetzt? Oh, guck mal, ich sitze hier. Hey, ich bin jetzt meine große Version. Ich bin jetzt nicht mehr... Ich bin nicht mehr das kleine Kind. Ich bin jetzt der große Typ. Wie wir sonst waren. Okay, und wir fahren jetzt hier hoch. Wir fahren hoch, fahren hoch. Wir haben irgendwie Hände ausgefahren vorne. Keine Ahnung warum. Alter, es sieht so weird aus. Okay, wir fahren ganz schnell nach oben. Und fahren wir bestimmt noch gleich ganz schnell nach unten. Let's go. Oh, das ist eine Frau. Die wird weggeschoben. Runtergeschoben. Was? Was? Was ist da gerade passiert, Alter? Freunde, es unterstützt auf jeden Fall unsere Theorie davon, dass die Frau vom Nachbarn tot ist. Okay, ich gehe mal hier rein. Kann ich hier mittlerweile rein? Kann ich. Hier ist auch... Ah! Ich muss vermutlich hier erstmal Druck aktivieren, hä? Das kann natürlich sein. Okay, ich gehe hier wieder raus. Wo ist der Nachbar? Keine Ahnung. Habe ich nicht noch einen Schlüssel? Nee. Ich werfe mir hier kurz ein. So. Und laufe weg. Ich habe da vorne auch aufgemacht. Ich kann das ja auch vorne rein. Ich schätze mal, ich habe den Nachbarn jetzt erstmal gebaitet. Schön gebaitet. Warte, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier liegen überall Wassereimer. Eine Kamera. Okay, warte. Ich gehe hier hoch. Ich gehe hier hoch. Hier hoch. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, muss ich hier irgendwie... Muss ich hier irgendwie rüber? Ich schätze mal, oder? Ich habe die Tür auf jeden Fall geöffnet. Hänge ich jetzt hier unten fest? Ach, mir nicht, ich hänge jetzt hier fest. Dann raste ich aus. Dann... Alter. Lass mich... Hey, hey, hey. Bitte raus. Bitte, bitte, bitte. Oh nein, oh nein. Oh Leute, ich glaube, ich komme nicht mehr raus. Oh nein, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Hier hoch. Ja, sehr gut. Wir folgen dem Rohr, wir folgen dem Rohr. Ganz vorsichtig dem Rohr. Ja, 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 ja. Okay, okay, wir sind hier. Okay, schaffe ich es da rüber zu springen? Vermutlich nicht. Okay Leute, ich werde mir jetzt mal eine Kiste besorgen und gucken, ob wenn ich so eine Kiste quasi noch benutze, ob ich dann da rüber komme oder mehrere Kisten, weil mir fehlt wirklich nicht viel. Ja? Es ist nicht viel, was ich brauche, um den Sprung zu schaffen. Äh, ich sammle hier gerade einfach mal schnell Kisten ein. Vier Stück kann ich ja mitnehmen. Und dann gucke ich mal, ob ich das hinkriege. Ja? Wir können hier immer so ein bisschen tricksen, Freunde. Ich meine, wir haben die Möglichkeit, ja? Und ich platziere mir einfach mal... Nein, warte, weiter vorne, weiter vorne. Direkt hier eine. Hier. Hier. Und hier. Und dann nehme ich jetzt hier mal Anlauf. So, Moment. Oh, lol. Der springt viel zu weit, der Typ. Ha. Ja, aber instant, Alter. Hauptsache. Hauptsache, so ein kleines Kind springt einfach mal locker easy 10 Meter oder so. Ja, moin. Okay, ich werde einfach nur die Kisten jetzt als Anlauf nutzen. Wir versuchen es nochmal. Ich habe es geschafft. Ich bin drüben. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, aber ich bin drüben. Hier ist der rote Schlüssel. Ich nehme ihn mir. Okay, ich warte. Ich springe zurück. Zack. Und let's go. Okay, 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 okay. Ich bin drüben. So, Moment. Ich gehe. Ich gehe. Wo ist die große Leiter? Warte, die große Leiter war hier hinter, ne? Okay, Moment. Zack. Okay. Und wir gehen hier hoch. Oh, er ist da oben. Was? Warum ist er da oben? Wie ist er da hochgekommen? What? Okay, aber wir gehen hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Tür auf. Bye, bye. Haben wir es geschafft? Wie sind die Nachbarn entkommen? Aber er folgt uns. Aber der Nachbar hat, glaube ich, gerade erst mal andere Sorgen. Habt ihr gesehen, wie der geguckt hat? Alter. Okay, freuen wir uns. Somit startet scheinbar nicht der nächste Akt. Aber wir sind jetzt wohl hier in unserem Apartmenthaus. Was wir ja schon kennen aus der Beta 3. Wir haben jetzt unsere normale Größe. Sind quasi wieder unser normaler Spielecharakter. Und er ist gerade aufgewacht. Wie aus einem Albtraum. Und ich glaube, wir haben das auch alles nur geträumt. Unser Spielecharakter hat sich an all das erinnert. Hat sich an all das erinnert, was da passiert ist damals. Er wurde entführt vom Nachbarn und ist ihm gerade so entkommen. Und habt ihr verdammt nochmal gesehen, wie fucking sauer und gruselig und creepy der Nachbar durch seinen scheiß Zaun zu uns rüber geguckt hat? Und während wir entkommen sind, habt ihr ja so ein Klirren gehört. Ich glaube, in seinem Haus ist irgendwas ausgebrochen. Wen auch immer er ursprünglich gefangen gehalten hat, ist glaube ich ausgebrochen. Und klopft. Leute, wir kriegen... Okay, ist Post gekommen. Ist ausgebrochen. Und der Nachbar muss sich erstmal darum kümmern. Und hat uns entkommen lassen. Richtig krass. Und wie ihr jetzt gerade schon gesehen habt, haben wir hier gerade Post gekriegt, Leute. Und ich würde sagen, den Brief schauen wir uns in der nächsten Folge von der Hello Neighbor Vollversion an. Wir taumeln hier von Ereignis zu Ereignis, von Storyplot zu Storyplot. Und es ist einfach krass, was hier alles rauskommt. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oh, jetzt wird verabschiedet sich. Bleibt gehypt. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Oh, bis dahin. Oh, bis dahin.